Na also, geht doch. Scheiße! Oh, irgendwas ist mir grad zwischen die Beine gerutscht. Ich hoffe, es war nicht das, was ich denke. Na komm! Geht doch. Hallo, Mr. Edle. Ich bin grad sehr still. Wie kann ich's euch immer noch sagen? Warum? Na komm! Boah! Scheiße! So, zwei Herzen noch. Jetzt müssen wir aber gleich hier mal am Ende sein, ja. Komm ran! Ich schreie hier virtuelle Gegner an, Alter. Das gibt's nur noch nicht. Also kein Level ist so schnüge wie die Flutwelle, sag ich euch. Na super. Na bitte, lasst den Level zu Ende sein. Alter Schwedeleude, nee. Nie wieder. So, weh, ich krieg jetzt das Extra-Leben nicht. Dann hagelt es, aber Schöpfwörter, Alter. Die könnt ihr euch nicht ausmalen. Ja, die Tür ist verschlossen. Was kommt denn jetzt eigentlich, Schönes? Ich weiß es gar nicht. Für den Schlüssel ist Spukschloss 1. Konnte man die besiegen? Ich weiß es nicht. Ja, zum Glück. Flügel? Warte mal. Hier, dreieck ich drüben. Jetzt nicht weiter. Okay. Moment, das machen wir gleich nochmal. Woher soll ich wissen, dass man das Pfeiltassel nach oben drücken muss? Ihr seid gut. Ach, guck mal hier, die Camper drauf. Also ich will jetzt eigentlich, eigentlich, eigentlich hab ich überhaupt keine, auf Alter. Nein. Ähm. Ja. Nein. Ja, oder man macht es eben so. Ich hab das Gefühl, ich mach den Level gerade falsch. Äh. Tak. Oh. Oh, 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 oh. Also, die Hälfte meiner Leben habe ich da so schwendet. Es ist grausam. Machen wir es alles anders hier. Ja, kurze Unterbrechung. Ähm, ja, gibt's auch. Leute, die nicht so auf diesen Fame-Anstieg, äh, Wert legen. Wieso habe ich denn schon wieder nur noch zwei Herzen im Moment? Ah! Nein, was, wo, wer? Nein! Holy shit. Ah. Hm. Weihnachtsgummis. Sorry, brauche ich das gerade zum Abregen. Ich bin ja echt zu doof, um wahr zu sein, oder? Ich habe das Gefühl, bei diesem Level gerade 500 Milliarden Sachen zu übersehen. Nein! Geh weg! Obst auch die Muskeln funktionieren, auch du Bastard, du. Ach, liebe Zeit. Hm, okay, Moment. Ach, das ist schlimm. So. Ein Tank wäre jetzt cool. Ich habe echt das Gefühl, 500 Millionen Sackdinge hier jetzt zu vergessen. Naja, okay, egal. So. Äh, nochmal so ein Fruchtgummel, der freut. Oh nein. So was habe ich gern. Mist. Ein richtiger Trank wäre mir schon lieber. Das war knapp. Das war gerade extrem knapp. Das war gar nicht. Oh. Ich bin jetzt schon... Der letzte Fruchtgummi... Moment!